. Ich weiß nicht, was heute los ist. Wir fischen heute tatsächlich kleine Köder. An Spots, an denen eigentlich keine kleinen Fische sind. Das ist ein Zander. Was ist ein schöner? Richtig schönen Bollermann gefangen. Hier auf dem Black Perky werde ich ihn mal gleich rausmachen. Richtig schöner Fisch. Einmal kurz messen. 82, 83. Schöner Fisch. Geht er gleich zurück.